Ich meine sogar letzten Vortrag auf den Keylooks ist ja auch schon langsam Feierabend, und zwar Linux Assistant, ein täglicher Begleiter für den Alltag. Ich habe mich vor einem guten Jahr, ich sag mal, hingesetzt und so einen ersten Prototypen entworfen. Das Ziel ist es so ein bisschen, die Benutzung auf Linux zu vereinfachen, vor allem für den Endanwender. Ja, und das unabhängig von der Linux Distribution, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Kurz bevor wir in das Thema einsteigen, ganz kurz ein, zwei Worte über mich. Mein Name ist Jean-Frederick Vogelbacher, ich studiere aktuell Informatik im Master an der FAU in Nürnberg in Bayern und habe auch einen YouTube-Kanal namens Linux Guides, da hat man vielleicht schon mal irgendwie ein Video von gesehen oder ist mal drüber gestoßen. Flutter-Programmierung, das ist ein spezielles Frontend, womit ich das programmiert habe, was auch der Linux Assistant nutzt, mache ich seit 2022, also auch seit letztem Jahr, jetzt mittlerweile zwei Jahre werden es fast hin, also ich glaube Anfang 2022 habe ich damit angefangen und in der kommerziellen Linux System Administration bin ich seit 2022, jetzt ungefähr circa auch ein Jahr würde ich mal sagen und ich habe das Projekt auch selber ins Leben gerufen und wir haben jetzt vor, ich meine, nicht allzu langer Zeit die 10.000 Downloads endlich geknackt. Also das Ding findet auch im deutschsprachigen Raum als auch im englischsprachigen Raum immer mehr Beliebtheit, obwohl wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig viel Werbung gemacht haben, bis auf den eigenen Kanälen. So sieht das Ding aus, wir werden auch gleich eine Demo sehen, genau, es wurde auch schon relativ viel Wert auf das Aussehen gelegt, weil das Auge ist mit, in gewisser Weise habe ich am Anfang das erst mal gar nicht so richtig verinnerlicht, ich wollte eigentlich nur ein Tool, was funktioniert, aber das hat sich dann irgendwie so ergeben und da nimmt mir Flutter einiges ab, auch wenn es mal wieder andere Bausteine in den Weg wirft, weil es relativ neu ist. Das einzige Linux-Programm, was jetzt auch Flutter nutzt, ist der neue Ubuntu-Installer. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, der sieht ganz ehrlich fast so ähnlich aus wie der alte, aber da ist halt eine neue Oberfläche drunter und das Ganze ist ein Open-Source-Projekt von Google, die finanzieren das in gewisser Weise, steht jetzt aber auch schon, ich meine, länger auf eigenen Beinen und erfreut sich ein großer Beliebtheit, vor allen Dingen, weil man das Ganze für alles entwickeln kann und das nativ dann runterkompiliert wird. Das heißt, ich kann für das Web etwas entwickeln, für Linux, Windows, Mac, als auch für die Smartphones. Von daher habe ich mir gesagt, hey, das sollte man mal können und es sieht eigentlich ganz schick aus. So, jetzt kommen wir aber zum Linux-Assistent selber. Das Konzept habe ich euch ja schon mal ganz, ganz grob vorgestellt. Wichtig ist eine schnelle Suche, dass ich so schnell wie möglich auch etwas finde auf meinem Rechner, was das für verschiedene Sachen sein können. Kommen wir gleich dazu, dann möchte ich mein System in gewisser Weise auf einfacher Ebene administrieren und eventuell auch verschiedene Statistiken anzeigen lassen, um einen groben Eindruck über mein System zu bekommen. Dann verschiedene Empfehlungen und Shortcuts, dass man leichter irgendwelche Einstellungen findet, wie beispielsweise das Passwort ändern, das ist auf jedem Desktop ein bisschen anders gelöst und der Linux-Assistent vereinheitlicht das, man wählt Passwort ändern aus und das richtige Tool öffnet sich. Genau. Und tatsächlich auch nochmal der Punkt, bevor ich wieder eine eigene Linux-Distribution entwickle und sage, hey, das ist jetzt die Distribution, die jeder nutzen sollte, sage ich, okay, gut, ich versuche, so viel wie möglich in das Boot zu holen. Aktuell haben wir, ja, ich meine, ich habe aufgehört zu zählen, ich glaube, es sind jetzt gerade acht Distributionen, die wir offiziell unterstützen, darunter die ganz bekannten Ubuntu, Debian, Mint, PopOS, MX, Linux und Zorin OS, KDE Neon ist mit dabei und auch nochmal komplett weg von der Debian-Basis auch OpenSUSE. Ja, langfristig wird auch noch geplant, Manjaro oder Fedora oder sowas mit einzufügen, das Ganze ist schon so konzipiert und gebaut, dass man das eigentlich ohne Probleme auch erweitern kann und auf weitere unterschiedliche Systemgegebenheiten anpassen kann. Ja, insgesamt sind vier Oberflächen unterstützt, ich denke mal auch die vier meistgenutztesten, Gnome, KDE, Cinnamon und Xfce und die Leute, die i3 oder Sway oder sowas nutzen, ich glaube, die brauchen das Tool sowieso nicht. Ja, genau. Das Ziel haben wir ja schon so ein bisschen gehabt, man soll wirklich in den täglichen, aber auch administrativen Aufgaben unterstützt werden. Eigentlich habe ich euch schon so ziemlich alles gesagt, außer vielleicht nochmal, der Linux-Assistent versucht nicht seinen eigenen Kopf durchzusetzen und das genau so zu implementieren, wie ich mir das vielleicht gedacht habe, sondern er versucht sich an die Konzepte der Distributionen anzupassen und dann halt auch diese zu nutzen. Beispielsweise bei den Systemwiederherstellungen, bei OpenSUSE nutzen wir dann die jeweiligen ButterFS-Sendapshots, bei Debian und Ubuntu und Linux Mint glaube ich dann Timeshift oder bei den automatischen Aktualisierungen nutzen wir bei Linux Mint das hauseigene System, bei den anderen Unattended Upgrades, bei OpenSUSE wird das über ein Cron-Job oder Service-File geregelt. Nagelt mich nicht gerade darauf fest. Aber jedenfalls versuchen wir hier auch auf die empfohlenen Einstellungen von den Distributionen zurückzugreifen und dann nicht irgendwas generisch drauf zu machen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und es soll sehr einfach zu nutzen sein und das Ganze auch mit wenigen Abhängigkeiten, dass die Kompatibilität eben weiter gegeben ist auf sehr, sehr verschiedenen Linux-Distributionen. Ja, das ist mal ein ganz, ganz grober Auszug. Der Feature-Tabelle ist erstmal gar nicht so wichtig. Das Ding hat relativ viel und in der Regel steht fast überall Yes, es wird unterstützt. Also fast alle Features funktionieren auf allen Distributionen, die wir als Offizie unterstützen und langfristig wird da natürlich auch noch mehr in beide Achsenrichtungen dazukommen. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal genug der Worte, die ich jetzt hier verloren habe. Lass uns doch einfach mal anschauen, wie denn das Ganze funktioniert. Ich gehe dazu erstmal auf die Webseite, das ist linux-assistant.org. Wenn ihr danach sucht, in der Suchmaschine eurer Wahl, solltet ihr das Ganze auch finden. Aktuell sind wir noch nicht im FlatHub drinnen, also das Ganze gibt es noch nicht als Flatpack. Wird tatsächlich angestrebt, das Ganze, ich sage mal, dann zu unterstützen. Da ist immer in den letzten Endzügen würde ich drin. Ansonsten kann man das Ganze erstmal als DEB-Paket und als RPM-Paket so manuell herunterladen. Ein Repository auf der RPM oder auf der APT-Seite gibt es noch nicht. Das heißt, das Ganze wird erstmal manuell heruntergeladen, als externes DEB-Paket installiert, auch wenn schon automatischer Updater mit drin ist. Langfristig ist, glaube ich, Flatpack da, nimmt uns da ein bisschen was ab. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich wähle einmal download.deb aus. Das Ganze ist natürlich komplett open source, komplett frei verfügbar. Der Code ist auf GitHub. Könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anschauen, inspirieren lassen. Und wenn der ein oder andere noch eine Idee hat, freuen wir uns da auch sehr. Wir haben eigentlich überall, wo man es finden kann oder wo man sucht, tatsächlich ein Feedback-Formular eingebaut. Das ist schon sehr, sehr wichtig. So, ich installiere das mal ganz schnell. Ist super einfach. Wer dabei Probleme hat, da gibt es auch nochmal eine kurze Anleitung. Denn das Ding bringt ein, zwei Abhängigkeiten trotzdem mit. WM-Control und Lib-Key-Binder, glaube ich, sind das. Gibt es unter jeder Distribution. Aber manchen muss das nachinstalliert werden. Und je nachdem, wie man das installiert, wirft das Fehler. Die empfohlene Installationsinstructions gibt es auch nochmal auf der Webseite. Für Debian, OpenSUSE oder wer es manuell machen möchte, ohne Paketmanager, funktioniert dann auch. Also ist auch nochmal beschrieben. So, das Ganze wurde jetzt in meinem Fall installiert. Und dann kann ich das Ganze einfach auch schon aus dem Menü aufrufen. Heißt Linux Assistant, gleich wird die Schrift ein bisschen größer. So, und da sind wir beim Einrichtungsdialog. Eine ganz kurze Einführung, was das Ganze ist, habe ich euch schon erzählt. Von daher wähle ich jetzt hier einfach mal weiter aus. Und dann fragt er jetzt hier, okay, ist das erkannte System korrekt? Er liest das eben aus. Und in dem Fall erkennt er natürlich auch schon richtig, okay, wir haben hier einmal Linux Mint mit der Benutzeroberfläche Cinnamon und der deutschen Sprache. Kann man natürlich ändern. Aktuell werden als Sprache nur Deutsch und Englisch unterstützt. Ja, die Community ist natürlich sehr gern dazu angehalten, das auf weitere Sprachen zu veröffentlichen. Ist aber tatsächlich ein bisschen hakelig. Das geht über sogenannte, nicht .po-Files, sondern irgendein JSON-Format. ARB-Files sind es, glaube ich. Das ist ziemlich komisch, so richtig schöne Editoren gibt es dazu leider noch nicht. In meinem Fall ist das erkannte System jetzt korrekt. Das heißt, ich wähle einfach mal Ja aus. Und dann wird uns vorgeschlagen, Linux Assistant schneller zu öffnen. Das variiert je nach Distribution der Hotkey. Je nachdem, manchmal sind dann da Tasten belegt. Standardmäßig ist das einmal Super plus Q. Kurze Frage, könnt ihr in der letzten Reihe das Ganze lesen oder soll ich es noch mal ein bisschen größer machen? Etwas größer. Schaue ich mal, ob ich beim Bildschirm ein bisschen mehr einstellen kann. Jetzt habe ich es angekündigt und ich glaube, es wird sogar nichts. Ich will nicht auf 200. Wir können mal das Experimentelle aktivieren. Experimentell klingt immer gut. Und sieht ja eigentlich soweit gut aus. Sollte ein bisschen größer sein. Genau. Schauen wir mal. Perfekt. Dann wähle ich einmal Ja, aktiviere Tastenkürzel aus. Da geht er tatsächlich dann jeweils, egal welcher Desktop jetzt erkannt wurde, dann da rein. Und trägt das tatsächlich als ganz normalen Hotkey ein, sodass man das im Nachhinein auch noch mal aus dem User Interface ganz normal löschen kann. So, und jetzt bietet er uns an, unseren Rechner einzurichten. Das ist vor allen Dingen dafür gedacht, für Leute, die jetzt gerade Linux installiert haben und ihren Rechner einrichten müssen oder möchten. Wahrscheinlich auch eher müssen. Und da bietet er eben halt verschiedene automatische Aktionen an, die er dann direkt übernimmt, die wir dann auch zu gegebener Zeit auswählen können, was er denn da überhaupt machen möchte. Ich würde sagen, lass uns da einfach mal loslegen. Willkommen auf deinem neuen Linux-Rechner. Super. Ist tatsächlich auch dazu gedacht, eventuell später in Distributionen schon von vornherein einzubinden. Also tatsächlich langfristig, glaube ich, zu Debian Spin-Offs. Oder Debian könnte ja dadurch sehr, sehr, sehr viel einfacher zu nutzen sein. Kommt demnächst auch auf einem YouTube-Kanal. Ein ganz eigenes Video nochmal, was man beispielsweise mit Linux Mint nicht so schnell hinbekommt. Ich werde einfach mal, lasst uns loslegen aus. Und dann kommen wir am Anfang zur Browserauswahl. Und dabei erkennt der Linux-Assistent automatisch, welche Programme schon vorinstalliert sind. In meinem Fall, das ist jetzt mein Produktivrechner. Ich habe den schon eingerichtet. Ist aber kein Problem. Erkennt er drei installierte Browser, was auch soweit korrekt ist. Einmal den Firefox, den Chromium und nochmal den Google Chrome. Je nachdem, wenn ich jetzt beispielsweise, also standardmäßig, wenn man das ja am Anfang installiert, wird wahrscheinlich ein Firefox installiert sein. Dann ist da halt eben nur der Haken an. Und dann wählt man halt das eben aus, was man haben möchte. Und wenn jetzt jemand meint, okay gut, ich mag beispielsweise den Standardbrowser nicht, mit dem diese Distribution kommt, sondern möchte beispielsweise den Brave nutzen, ist es auch kein Problem. Ich drücke einmal drauf. Dann gibt es tatsächlich auch nochmal eine kleine Meldung. Hey, die Anwendung wird dann deinstalliert. Wenn du jetzt den Haken ja abwälst, da gab es dann doch auch mal Irritationen ganz am Anfang. Und dann würde er das dann auch so am Ende übernehmen. In meinem Fall möchte ich das jetzt nicht ändern. Von daher lasse ich das jetzt mal so und wähle weiter aus. Dann kommt als nächstes die Frage, welche Office-Suite soll verwendet werden oder was will man da alles installieren. Haben wir einmal LibreOffice, OnlyOffice und WPSOffice drin. Das Ganze wird tatsächlich aus dem FlatHub geholt. Also ich habe da bis jetzt noch nicht die Verantwortung aufnehmen wollen, dass man sich das selber aus Fremdquellen nochmal zusätzlich bezieht. Das ist mir einfach aktuell persönlich zu heiß. Das sollen die FlatHub-Leute machen. Dann bin ich da feine raus aus dem Schneider sozusagen. Ja, was vielleicht auch auffällt, die System-Icons werden vom Linux übernommen. Also je nachdem, in dem Fall habe ich jetzt das Linux-Mint-Thema. Von daher sieht LibreOffice auch so aus, wie auf Linux-Mint es aussieht. Wenn ihr ein anderes Icon-Thema habt, dann lädt ihr das auch dementsprechend. Also er passt sich oder versucht sich so gut wie möglich an das Linux anzupassen. Dann haben wir nochmal ein bisschen was an Kommunikationssoftware. Da habe ich sogar schon relativ viel installiert. Wählt man eben das aus, was man möchte. Was man hier vielleicht auch gut erkennt, was wir auch schon in den anderen Folien gesehen haben. Wir versuchen erstmal Open-Source-Software zu promoten, in Anführungszeichen, oder fortzuschlagen. Die steht immer ganz oben. Wir möchten aber auch natürlich die Nutzerfreundlichkeit weiter oben halten. Und Leute, manche Leute brauchen halt Zoom oder Teams oder sowas in der Hinsicht. Oder Discord jetzt beispielsweise. Das sind auch sehr bekannte Anwendungen. Das soll man jetzt auch relativ einfach erreichen. Ist aber immer in der Regel am Ende dann, ich sage mal, als Option gegeben. Ich lasse es jetzt in meinem Fall so. Kann man natürlich auswählen, wie man möchte. Und das war jetzt die Softwareauswahl. Jetzt geht es weiter bezüglich, okay, möchte ich meinen Rechner jetzt selber einrichten oder wähle ich die automatische Konfiguration aus. In dem Fall wähle ich jetzt mal die automatische Konfiguration aus. Ich möchte euch ja ein bisschen was zeigen. Ansonsten würde ihr auf der linken Seite ganz einfach jetzt die Änderung übernehmen. Das Ganze installieren. Je nachdem geht da ganz normal über die klassischen Paketmanager. Also macht da kein großes Hexenwerk. Es wird versucht, so nah wie möglich, oder das System genauso zu nutzen, wie es ein richtiger Nutzer benutzen würde. Aber ihm halt, ich sage mal, so ein bisschen das Technische abzunehmen. Werden wir auch gleich nochmal sehen. Dann haben wir einmal die automatische Systemkonfiguration. Und dann haben wir hier verschiedene Einstellungen, beziehungsweise die Skripts, die wir hier ausführen können. Einmal aktualisiere das System auf den neuesten Stand. Auf jeden Fall immer empfohlen. Dann installiere Multimedia-Kodex. Hier erkennt ihr natürlich auch, okay, ich bin gerade auf Linux Mint. Dann brauche ich das Paket. Bei Debian brauche ich das Paket. Bei OpenSUSE muss ich das machen und so weiter. Automatische Systemstabschüsse habe ich euch schon vorhin einmal kurz erklärt. Genau, kann man hier, wie gesagt, wenn man einmal drauf drückt, abwählen oder halt wieder anwählen. Ich wähle das jetzt mal ab. Das möchte ich in meinem Fall jetzt nicht, weil es ein Produktivsystem ist. Habe ich, glaube ich, ein bisschen anders eingestellt. Automatische Konfiguration der Aktualisierungsverwaltung habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, dass er das hier machen würde. Kann man auch nochmal separat im Menü auswählen. Später zeige ich euch gleich. Weil wir sind immer noch in der Einrichtung, wir haben noch das eigentliche Programm, wenig gesehen bis jetzt. So, in meinem Fall belasse ich es jetzt dabei und dann wähle ich jetzt einmal weiter aus und dann macht er das Ganze auch schon. Jetzt könnte es sein, dass wir tatsächlich auf ein cooles Problem stoßen, was ich selber noch gar nicht so beachtet habe. Eigentlich sollte jetzt die Abfrage kommen, du bist, genau, das Administrator-Passwort. Man sollte das Administrator-Passwort eingeben, was man möchte. Ich habe jetzt aber hier für heute einen eigenen Benutzer erstellt, der jetzt gerade keine Administrator-Rechte hat und kein Passwort hat. Und dann funktioniert wohl PK-Exec nicht so richtig. Jetzt sollte eigentlich ein Fenster kommen, wo er mir das Ganze dann zeigt. Von daher, glaube ich, werden wir nochmal gleich auf einen anderen Nutzer switchen, dass wir das dann auch wirklich sehen. Also eine ganz normale Passworteingabe und danach würde er dann hier losstarten. In dem Fall wird er jetzt wahrscheinlich hängen bleiben. Aber was wir auch noch sehen, wir versuchen so transparent wie möglich zu sein. Er hat es sogar gemacht. Eventuell hat er es schon gemacht, weil ich vorhin das Passwort eingegeben habe. Das wird es sein. Können wir gleich mal nachschauen. Ihr habt eben die Befehle eingeblendet gesehen, was das Ding wirklich macht, um das einfach nochmal ein bisschen transparenter zu gestalten. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob man den Log Wasser gemacht hat. Und das sieht soweit eigentlich gut aus. Also hat hier einmal ein APT-Update ausgeführt. Sehen wir hier einmal. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Ich lese es mal ganz kurz vor und dann kann man sich das anschauen, was er da so alles macht. In meinem Fall hat das jetzt gereicht. Ich schließe das und ich wähle einmal weiter aus. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zur Einführung. Was kann man denn alles mit dem Linux-Assistence sonst noch machen, als einen Rechner einrichten? Und das ist erstmal vor allem eine sehr, sehr starke Suche. Also wir können natürlich einmal Anwendung durchsuchen. Wow, haben beim Menü jetzt erstmal nicht so wild. Aber Linux-Assistent durchsucht auch in gewisser Weise eure Ordnerstruktur. Das alles geschieht lokal. Da wird nichts irgendwo hingesendet. Ist komplett open source. Könnt ihr euch selber auch nochmal anschauen, wie das geht. Ist ein ganz einfach rekursiver Befehl, der ausgeführt wird, den man auch noch später konfigurieren kann. Und wenn man so etwas generell nicht möchte, kann man das auch sehr einfach ausschalten. In der Suche kann ich euch auch nochmal gleich zeigen. Also dann können wir schon erstmal die wichtigsten Ordner finden. Dann können wir die zuletzt geöffneten Dateien finden. Jetzt wird es ein bisschen spooky, sagt er euch vielleicht. Der weiß, welche Dateien ich als letztes geöffnet habe. Das speichert eigentlich fast jeder Desktop direkt automatisch mit in einer gewissen Datei, was einfach jeder auslesen kann. Das macht sich der Linux-Assistent zu Nutze. Wenn man das auch nicht machen möchte, dann kann man das natürlich auch ausschalten. Dann geht er auch in den Webbrowser rein. Einmal Chromium, Brave, Google Chrome und Firefox und liest auch die Lesezeichen aus. Das heißt, er indexiert auch die Lesezeichen. Das funktioniert allerdings nur bei lokal gespeicherten Lesezeichen. Solange ihr die Online-Synchronisation von diesen Browsern aktiviert, funktioniert das aktuell nicht, weil der Browser das irgendwo anders in einem Cache ablegt und das ist nicht so schön rauszubekommen. Aktuell, vielleicht findet man auch langfristig eine Lösung. Dann nochmal spezielle Funktionen des Linux-Assistants. Wird nochmal ganz cool und das wäre es erstmal. So, und dann bereitet er jetzt uns die Suche vor. Und wir haben jetzt hier einmal unsere Startfläche. Haben wir ja schon einmal im Screenshot so gesehen, jetzt sehen wir es tatsächlich live. Wir haben einmal, ich würde einfach mal sagen, wir gehen uns das einfach mal durch. Hier unsere Festplattenanzeige. Was für Festplatten sind eingehängt, beziehungsweise Partitionen und zu wie viel Prozent sind die belegt. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann sehe ich auch ganz genau nochmal, okay, wie viel Gigabyte sind gerade belegt und wie groß ist meine Partition eigentlich. Und das zeigt auch bei USB-Sticks an, wenn ich die anstecke oder ausstecke. In dem Fall habe ich jetzt zwei Partitionen und dann sehe ich direkt, okay, wie ist das eigentlich mit meinem Speicherplatz gerade. Dann sehen wir hier nochmal eine Real-Time-Anzeige vom Prozessor, vom Arbeitsspeicher und vom Swap. Gut, das ist auch erstmal noch nicht so wildes. Und dann aber hier auch nochmal unseren Benutzernamen, als den wir das gerade ausführen, als unseren Rechnernamen. Und dann auch nochmal Informationen zum Betriebssystem allgemein. Ist vor allem ganz cool, wenn man mehrere Rechner auf einmal nutzt oder ganz viele Rechner hat. Die wichtigsten Informationen bekommt man dann direkt schon vom Startbildschirm raus. Dann haben wir natürlich noch einmal die Suche. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Ist ungefähr so einfach gestaltet, wie vielleicht bei der einen oder anderen Lieblingssuchmaschine. Das Ding soll so einfach wie möglich zu bedienen sein, dass es auch wirklich jeder kann. Unten haben wir dann immer nochmal einen Tipp, was man gerade machen könnte. Das wäre die Sicherheitsüberprüfung. Linux Assistant kommt auch mit einer eigenen Sicherheitsüberprüfung daher, was es genau ist. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ansonsten kann man nochmal den Suchindex erneuern. Einmal nochmal die Einführung lesen. Dann tatsächlich eine komplette Funktionenübersicht hier unten bekommen. Dann bekommen wir hier tatsächlich alle Funktionen gelistet, die der Linux Assistant so kann. Und genau. Von einem ganz normalen Exit, angelehnt an den Terminalbefehl, bis zu Passwortänderung, Einführung, Aktualisierung. Alles mögliche. Linux Gesundheit. Leistungsmodus ist auch nochmal eine coole Sache. Da kommen wir einfach auch nochmal gleich zu. Oder man kann auch einfach nur eine URL eingeben und dann öffnet er das mit eurem Favoritenbrowser. Beispielsweise wenn ich jetzt hier Linux Guides.de eingebe, dann erkennt er das sofort. Hey, ist eine korrekte Domain. Öffne das bitte mit dem Standard Lab Browser. Und dann würde ich das hier einfach mal eingeben. Eingabetaste. Und dann startet er es tatsächlich auch direkt. So. Er minimiert sich automatisch während des Betriebs. Bei Wayland funktioniert das mit Minimieren und Wiederherholen nicht, weil Wayland einfach ein bisschen anders funktioniert und das noch nicht so richtig kann. Von daher schließt er sich dann tatsächlich immer. Ich empfehle aktuell noch mehr eine X-Server-Lösung, sage ich mal. Also wenn man das über das X-Protokoll noch ausführt, dann sind die ein oder andere Funktionen einfach schon besser implementiert. Funktioniert mit Wayland aber auch grundsätzlich ziemlich gut. Ja, ich kann ihn immer mit meinem Tastaturbefehl herholen mit Windows Q und dann wird gecheckt, okay gut, ist es schon offen oder es wird einfach nur hoch gestartet oder ich sag mal wieder maximiert. Und dann haben wir hier wieder unsere Suchzeile und ihr seht, da ändert sich tatsächlich auch immer alle 5 Sekunden, ich sag mal, die Suchzeile und schlägt verschiedene Suchindizes vor, die man tatsächlich öffnen kann. In dem Fall schlägt jetzt hier gerade ganz viele Programme vor, Synaptic, Paketverwaltung, OpenTTD, alles mögliche, was da drauf installiert ist, aber auch da nochmal verschiedene Funktionen. Später auch nochmal eure Ordner, wenn eure Ordnerstruktur ein bisschen vielfältiger ist, Dateien, die ihr das letzte Mal verwendet habt und genau, da geht er dann halt eben durch. Ich würde sagen, lasst uns doch nochmal ganz kurz schauen, einen Moment, ich habe mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben nochmal. Genau und ich würde sagen, wir suchen einfach mal nach FI, da finden wir einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten, einmal FileZilla, den Firefox Webbrowser, auch nochmal verschiedene weitere Optionen, die dann halt, ich sag mal, von Firefox oder von dem jeweiligen Programm nochmal direkt angeboten werden im Linux-System, aber auch die Firewall-Konfiguration und so weiter. Das Coole ist, wenn ich jetzt beispielsweise hier den Firefox Webbrowser einmal öffne und irgendwann später wieder zurückkomme und genau nochmal das Gleiche eingebe, dann werdet ihr sehen, okay, der Firefox Webbrowser ist nach oben gerutscht, denn wir haben hier tatsächlich auch eine selbstlernende Suche mit drin, er speichert sich das aus den letzten 30 Tagen mit, was man denn alles schon gesucht hat und was man dann, ich sag mal, gestartet hat und je nachdem indiziert er das dann auch weiter nach oben, dass die Dateien, Programme und so weiter oder Funktionen, die man hier aufruft, dann immer weiter oben geschehen. Ich würde sagen, das wäre es soweit ganz, ganz grob zur Suche. Einstellen kann man sie auch, ich gehe hier mal in die Einstellungen, nebenbei kann man natürlich auch das Erscheinungsbild einstellen, Dark Mode wird natürlich unterstützt, verschiedene Farbschemen kann man sie so einrichten, wie man möchte, und Dark Mode unterstützt das sogar schon vollautomatisch, also er kennt das auch und ansonsten in den Sucheinstellungen, hier können wir dann das alles nochmal einstellen, was soll das Ding denn überhaupt indizieren oder suchen, wenn ich sage, okay, meine Anwendung öffne ich immer durchs Menü und mich nerven die immer, dass die sofort aufploppen, dann kann ich die hier beispielsweise auch einfach ausstellen und dann kommen die nicht mehr. Das ist ganz wichtig oder ganz einfach, die Ordner-Rekursionstiefe ist in der Hinsicht, wie viele Ordner weit er sozusagen in das System reingeht vom persönlichen Ordner aus und die Ordner sich abspeichert. Das heißt, er durchsucht nicht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei, ein Terabyte Platten oder sowas reingesteckt habe und da Millionen von Dateien drin habe und so weiter und Verzeichnissen, durchsucht er tatsächlich immer nur die ersten, jetzt in dem Fall drei Tiefen, sage ich mal, oder Schritte. Ja, ich würde sagen, lasst uns nochmal zu einem anderen Punkt kommen, das wäre die Administration von dem Linux-Client. Wir können einmal Programme installieren. Ich kann einfach mal was eingeben, hat jemand von euch eine Idee, was wir installieren wollen? Ansonsten wähle ich einfach mal was aus. Wir nehmen einfach mal, ich schaue mal, ob XRDP installiert ist. Ja, XRDP ist leider installiert. Ja, nicht ganz. Docker. Ja, können wir auch mal nach Docker suchen. Ich habe Docker schon drauf. Aber wir sehen hier auf jeden Fall nicht einmal nur die Installationsmöglichkeiten, wobei hier installiere Docker haben wir noch drin. Ich habe Docker Compose, Docker.io und so weiter. Er liest dann halt das Ganze von APT aus und genau, kann man sehr, sehr einfach Anwendungen installieren. Beispielsweise ein Klassiker. H-Top, habe ich das jetzt installiert oder habe ich es deinstalliert? In dem Fall ist es sogar installiert. Kann ich einfach mal. N-Mon. N-Mon. Dann lerne ich nochmal ein bisschen was. N-Mon. Da haben wir es. Das da. Na, machen wir doch einfach mal. Ich gebe die Eingabertaste ein und dann installiert das Ganze auch schon. Genau. Das ist natürlich live. Schauen wir mal, wie groß das Paket ist. Ist klein. So, genau, das kann man machen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die Sicherheitsüberprüfung an, was das Ding denn macht. Ich wähle mal weiter aus. Und dann geht es zur Sicherheitsüberprüfung. Ich gebe einmal, gehe einmal rein. In der Regel erscheint das Passwort. Also hier macht er es tatsächlich über PKI-Exec. Ist das so konfiguriert, witzigerweise, dass er das gar nicht abfragt. Aber wenn PKI-Exec das erlaubt, das ist immer nur dieses Passwortfenster, dann wird das wohl so sein. So, in dem Fall hat er jetzt hier mir verschiedene, oder er prüft nach verschiedenen Kriterien. Er sagt nicht am Ende so, hey, dein Rechner ist sicher, alles super, das kann ich nicht verantworten. Ich sage ihm genau, was ich überprüfe und gebe ihm dann direkt auch Hinweise. Beispielsweise habe ich jetzt hier eine zusätzliche Paketquelle. packages.microsoft.com Repos Code. Also ich habe Visual Studio Code jetzt hier drauf installiert. Sagt er mir einfach, hey, du hast eine Fremdquelle, bitte achte darauf oder hab das in Acht. Wenn ich möchte, kann ich hier auf Beheben drücken und dann öffnet er je nachdem, auf welcher Distribution er ist, das spezielle Programm, das dann halt, ich sage mal, beispielsweise auszuschalten. Dann haben wir die Aktualisierungen. Super, dein System ist auf dem neuesten Stand. Perfekt. Und passt soweit. Ansonsten würde er hier auch einen Beheben-Button anzeigen und sagen, so und so viel muss aktualisiert werden. Beim persönlichen Ordner sagt er jetzt hier, dein persönlicher Ordner ist nicht sicher. Andere Benutzer können deine Dateien sehen. Das ist in dem Fall jetzt, er checkt, ob im persönlichen Ordner, ob dort die Gruppe Andere, also Other, Zugriff hat, lesenden Zugriff. Und in dem Fall ist das wahrscheinlich jetzt der Fall. Linux Mint hat jetzt hier einen neuen Benutzer erstellt und achtet wohl nicht drauf. Das heißt, andere Benutzer könnten gerade meine Dateien sehen. Will ich nicht. Das sagt er direkt hier. Ich wähle einmal Beheben aus. Und dann macht er das hier schon automatisch, analysiert das Ganze nochmal neu. Und wenn alles geklappt hat, müsste das dann grün sein. Das dauert einen Momentchen, weil er führt immer ein sudo-APT-Update währenddessen aus. Ansonsten haben wir nochmal die Netzwerksicherheit. Da war jetzt schon alles grün. Er checkt einmal ab, ob eine Firewall aktiv ist. Und checkt dann auch nochmal ab, ob systemkritische Dienste aktiv sind. Also XRDP beispielsweise, SSH. Wenn SSH installiert ist, beispielsweise ob Feltö-Bahn drin ist und so weiter. Und in dem Fall sagt er, okay, deiner Firewall ist aktiv, gute Arbeit. Er sagt jetzt nicht, diese und diese Ports sind offen. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, dass es einfach nochmal als Information rausgibt. In dem Fall habe ich jetzt gesagt, okay, wenn der Nutzer die Firewall selber mit drin hat, dann wird er schon wohl wissen, was da aktiv ist. Und beziehungsweise die systemkritischen Sachen, die werden dann auch nochmal aufgelistet. Die, ich sage mal, so gängige, ich sage mal, Dienste sind, die Einfallstore bilden könnten. Genau, das wäre es zur Sicherheitsüberprüfung. Und dann haben wir beispielsweise nochmal die Linux Gesundheit. Das ist jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so wild. Kann man dann tatsächlich doch mal ein bisschen reinschauen. Okay, wie geht es meinem System gerade? Beispielsweise, deine Partitionen sind nicht überfüllt. Perfekt, ab 90% meldet er sich da hier. Es wurden keine entfernbaren Speichermedien entdeckt. Wenn man die ganze Zeit irgendwelche USB-Sticks oder externe Festplatten drin hat, dann würde er das auch melden. Er zeigt die aktuelle Auslastung aus, wie lang das System schon läuft. Wenn das schon mehrere Tage läuft, dann meldet er sich so, hey, vielleicht lohnt sich das mal, das System neu zu starten, um da einfach zu schauen, dass da alles korrekt läuft, langfristig auch. Und er checkt auch tatsächlich den Auslagungsspeicher. Auf Linux Mint haben wir hier gerade tatsächlich, weil wir da was umgestellt haben, noch eine fehlerhafte Information. Das wird zum nächsten Update natürlich dann nicht mehr so sein. Bei den anderen Distros funktioniert es wie eh und je. Zeigt einfach an, okay, ist ein Auslagungsspeicher da oder ist es gerade nicht. Genau, das wäre es soweit eigentlich zur Administration. Eine Sache würde ich vielleicht nochmal zeigen. Wir haben schon 30, das ist einmal der Leistungsmodus. Je nachdem, die Gnome-Nutzer kennen das schon selber, direkt in der Gnome-Shell drin. Man kann oben, wenn man seinen Rechner herunterfahren möchte, oben einmal den Leistungsmodus auswählen. Das haben andere Distributionen noch gar nicht drin oder andere Desktops noch gar nicht drin. Ist aber eigentlich ein ganz einfaches Paket, was man relativ einfach steuern kann. Weiß oder wissen sehr, sehr wenige Leute. Der Linux-Assistent integriert das mit und zeigt das, ich sage mal, in einer relativ schönen Oberfläche an, wo man dann auswählen kann, okay, in welchem Modus wollen wir denn gerade laufen. Und ich kann euch sagen, das macht schon echt einen riesen, riesen Unterschied. Im Gegensatz zum Energiesparmodus oder zum Leistungsmodus ist das eine ganz andere Benutzung. Auf einem Laptop beispielsweise merke ich das sehr. Und er spart dann tatsächlich auch mehr Energie. Das wäre es beispielsweise dazu. Dann haben wir das eigentlich schon fertig. Sonst haben wir noch viele andere kleine Funktionen, wie beispielsweise die Aktualisierung. Was ich beispielsweise sehr, sehr häufig mache, ist die Aktualisierung auszuwählen. Und hier kann ich dann direkt den Haken setzen, Rechner danach herunterfahren. Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich nochmal sicher gehen möchte, okay, mein Rechner ist auf dem aktuellsten Stand, kann ich hier einfach nochmal das direkt so auswählen. Was macht er eigentlich währenddessen? Er schaut, was ist installiert auf dem Rechner. Schade, schon weg. Wir haben einmal ein APT-Update drin gehabt. Wir haben ein Flatpack-Refresh oder sowas drin gehabt und ein Snap-Refresh. Also er schaut auch, welche Paketmanager sind drauf. Oder Super, wäre dann beispielsweise bei OpenSUSE und aktualisiert dann das. Dass man wirklich so gut wie möglich davon ausgehen kann, okay, wenn irgendein Paketmanager mein Programm verwaltet, ist danach ein Rechner aktuell. Ja, das wäre es soweit, ich sage mal jetzt zum groben Überblick des Linux Assistant. Lassen wir uns mal zurückgehen. Hier habe ich, glaube ich, schon alles gezeigt. Bei der Kontrolle und Administration, glaube ich auch. Bei den Empfehlungen Shortcuts, ja, ein, zwei Stück habe ich jetzt ausgelassen. Ich kenne das jetzt auch nicht so richtig. Ja, dann kommt die Frage, okay, gut. Was ist denn soweit geplant? Was kommt denn noch langfristig hinzu? Natürlich einmal die Veröffentlichung als Flatpack, habe ich schon mal genannt. Dann tatsächlich nochmal als großen Punkt, worauf ich mich persönlich auch sehr, sehr freue, die Bereinigung des Speicherplatzes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer hat manchmal Probleme mit zu vollen Speicherplatten oder Partitionen? Einfach mal die Hand heben. Ja, ein paar. Ja, okay, stark. Ja, genau. Das soll, ich sage mal, den Nutzer sinnvoll unterstützen, den Speicherplatz zu bereinigen. Das heißt, nicht benutzte Programme oder Flatpacks anzuzeigen, generell den Speicherplatz mal aufzulisten und verschiedene weitere, ich sage mal, nochmal Tipps zu zeigen und Routinen, müsste ich nachschauen, was ich da alles geplant habe. Dann einmal die Installation von Snaps. Snaps deinstallieren können wir sogar schon, installieren noch nicht. Das ist so eine kleine Sache, die jetzt, ich sage mal, einfach operationsbedingt geschehen ist. Dann kann man auch den Snap-Paketmanager komplett drin nutzen. Mehrere Linux-Distributionen unterstützen. Wir bekommen ganz, ganz häufig die Anfrage, hey, wann ist denn endlich Manjaro drin? Wird demnächst kommen. LMDE versuchen wir jetzt direkt dann zum Start zu unterstützen. LMDE 6 dann. Und die Verbesserung des Benutzererlebnisses. Manchmal, ja, man sieht immer mal wieder, vor allen Dingen, wenn man natürlich der Ersteller des eigenen Programms ist, immer noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Da möchte ich nochmal ein bisschen drüber gehen durch alles. Und beispielsweise später auch nochmal weitere Informationen oder weitere Funktionen, wie beispielsweise die Integration von anderen Speicherdiensten, die man jetzt so erstmal nicht so einfach integrieren kann, wie beispielsweise Google Drive, Rondrive, Dropbox, etc. Da gibt es tatsächlich ein cooles Tool im Terminal, das nennt sich AirClone, ich kenne vielleicht ein paar von euch. Und das möchte ich einfach ein bisschen verfügbarer machen, dass das einfach mehr Menschen nutzen können. Und tatsächlich auch noch ein Autopilot in ferner Zukunft. Ganz klar, also da soll es beispielsweise bei dem Debian den Fall dann geben, dass das System sozusagen für Jahr oder vielleicht Jahrzehnte in Anführungszeichen laufen kann, ohne einmal, dass der Nutzer irgendetwas machen muss. Also das Ding aktualisiert automatisch, dann auch auf neue Distributionen beispielsweise und gibt einfach auch nochmal verschiedene, ich sage einfach mal, ja, Administrationsfeatures, die man immer mal wieder braucht. Also natürlich auch nur in der Theorie, mal schauen, ob man das dann wirklich schafft. Es sind auch dann ganz spezielle Funktionen gedacht, beispielsweise er checkt dann, okay, gut, wie ist die Auslag oder wie ist der Speicherplatz gerade, kann ich überhaupt noch das nächste Update machen, kann ich vielleicht sogar noch Speicherplatz bereinigen. Da versuche ich dann sehr vorsichtig dann natürlich zu sein, mit dem System umzugehen. Gibt es dann auch, so ist es geplant, verschiedene Funktionen, die man dann wirklich separat einschalten muss, ohne dass man dann, ich sage mal, vielleicht etwas einstellt, was man gar nicht möchte. Also das kommt in der Zukunft und dann ist damit eigentlich eines selbstverwaltenden Linux für Jahrzehnte eventuell tatsächlich der Weg bereitet und das alles sehr einfach gepackt in der grafischen Oberfläche. Später, wer vielleicht in meinem Vortrag über den Linux Arbeitsplatz drin war, soll das Ganze auch nochmal in das Konzept mit eingebunden werden, dass das Ding sich auch automatisch an einen Server hängt, in Anführungszeichen, und sich selber einrichtet. Das ist aber dann auch nochmal ein kleines Feature. Es sind auch beispielsweise in Gesprächen mit bestimmten Leuten aus der Community, beispielsweise Windows-Programme, relativ aufwendig per Wine mit einbinden, dass man da dann einfache Skripts mit implementiert und dann so den Linux Assistant auch nochmal darüber hinaus erweitert. Plugin-Support ist auch langfristig, sehr, sehr langfristig geplant, dass man auch sehr, sehr einfach eigene, ich sage mal, Module dafür schreiben kann. Ja, wie kann man Linux Assistant helfen? Tatsächlich das allererste ist einfach mal nutzen, ausprobieren und Feedback geben. Wir haben versucht, überall Feedback-Formulare einzubauen, ist uns sehr, sehr wichtig, beispielsweise hier direkt unten können wir Feedback senden. Wenn uns ein Suchergebnis nicht gefällt, können wir auch einmal Feedback senden, das ist hier oben dann, und auf der Webseite auch, wenn man sie installiert bekommt, oder wenn man da andere Probleme hat, wir freuen uns da tatsächlich über alles. Das ist tatsächlich das, was ihr am besten machen könnt, einfach nutzen, Spaß haben damit. Ansonsten sehr gerne weiterempfehlen natürlich, und genau, wer natürlich uns weiter unterstützen möchte, gerne detaillierte Fehler melden, detaillierte Ideen vielleicht auch nochmal, was man damit machen könnte, aber auch beispielsweise die Programmierung. Wobei, da muss man dann so ein bisschen sich in Flutter auskennen, und genau, ist vielleicht manchmal nicht ganz so trivial, da dann einzusteigen. Aber wir freuen uns über jeden, der da Lust hat, in irgendeiner Art und Weise mitzuwirken. Genau. Das wäre es eigentlich auch schon vom Linux Assistant gewesen. Wenn es noch Fragen gibt, oder nochmal, ich sage mal, Ideen, was ich jetzt noch gerne nochmal zeigen möchte, im Linux Assistant, dann sehr gerne jetzt. Ist der auch in den offiziellen Repos verfügbar? Er ist aktuell noch nicht in den offiziellen Repos verfügbar. Langfristig ist das tatsächlich, kann es im Plan sein. Aktuell visiere ich es jetzt erstmal nicht an, weil ich mich persönlich nicht mit, keine Ahnung, Repos von 10 Distributionen rumschlagen möchte selber. Das ist ein bisschen schade, von daher gehe ich da eher auf das Flat Hub, dann bin ich direkt in den Distributionen so über die Andungsverwaltung mit drin. Das ist der Hint da. Aber ansonsten, theoretisch kann sich das jemand packen, kann, es gibt einen sehr, sehr einfachen Bildbefehl und dann ist das DEB-Paket innerhalb einer Minute erstellt und man braucht gar keine Kenntnisse davon. Die Frage ist bezüglich Flutter und Smartphones, also Linux-Systeme, die auf Smartphones funktionieren, beziehungsweise ob die Wahl auf Flutter da die wirkliche Entscheidung war. Tatsächlich nicht, also habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber generell ist es, glaube ich, kein Problem, dann das Ganze auch für Linux-Smartphones mit rauszubringen. Ich sehe bis jetzt aber noch nicht das Linux-Smartphone-Betriebssystem, was man dann wirklich langfristig nutzen würde. Aber generell ist es auf jeden Fall ein cooler Ansatz und ich glaube, das UI lässt sich auch relativ einfach diesbezüglich umbauen. Es sind nur eine Handvoll von Widgets, die ich mir selber gebaut habe, die man dann auch je nachdem weiter anpassen kann. Coole Idee. Kann ich das Interface auch kontinuieren bei dem? Ja, also du meinst beispielsweise das hier umschieben oder wegpacken und so. Aktuell nicht. Ist aber eine coole Idee. Nehme ich mit als Feedback. Was man machen kann, das kann ich euch immer kurz zeigen. Die Erscheinungsbild-Einstellungen, ja ein bunter Hintergrund, wenn ich den ausmache, wer dann nicht so bunt ist, dann ist es halt eben weiß. Sah früher besser aus, gefühlt. Ich nutze jetzt immer nur den Farbigen. Man kann die Farbe ändern, einfach einen Hexcode einfügen, den Farbverlauf und das tatsächlich passt sich zur Distribution auch an. Also ein Ubuntu ist dann eher ein Orange oder manchmal Blau, MX Linux Schwarz, Debian Rot, in meinem Fall jetzt Linux Mint ist so ein Grün. Fragen hier hinten? Achso, okay, dann passt alles. Ich finde es nicht so schön, primär und sekundär. Ich will jetzt sagen, die Buttons in Orange und Hintergrund in Schwarz. Das ist ein Datenbuch oder irgendwas verbunden. Weil was ist primär und sekundär? Primär sind die Buttons, also primär sind die Buttons, also ich kann euch das mal zeigen, ich kann da mal irgendwas reinpacken. Hier, wir machen mal schwarz rein. Ich hoffe, ich habe es richtig eingegeben. Speichern. Brauchen wir allerdings einen Neustart. Ne, hat er nicht genommen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Speichern, jetzt hat das genommen. Starten wir das nochmal neu. Und also primär Farbe ist tatsächlich einmal, also eigentlich, ich sage mal, die sekundäre Farbe ist eigentlich nur dieses Blau in diesem Farbverlauf. Der Rest ist die primäre Farbe. Ja, ist tatsächlich eine Idee. Also das kam auch mal als Feedback, so hey, mach doch da bitte einen Farbwähler rein. Das Blöde ist Free Desktop, was wir auch relativ häufig nutzen. Also beispielsweise, wenn man jetzt den Lieblingsbrowser startet, dann lese ich das nirgendwo auf, sondern wähle den sogenannten Free Desktop Befehl dann aus. Dann macht das für mich den ganzen Rest. Free Desktop hat leider noch keinen Farbwähler, ich sage mal, direkt mit drin. Den könnte ich dann ganz einfach ansteuern. Das heißt, ich muss das irgendwie selber einbauen. Und da hatte ich bis jetzt noch andere Ressourcen, die wichtiger waren. Vielleicht kommt es mal durch Free Desktop. Aktuell sind es nur diese Hexcodes. Okay, ein Link zu einem Hexpicker ist mit drin. Ansonsten eine sehr gute Idee. Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht einfach mal in die Runde, das Wetter mit einzufügen, ist vielleicht auch eine ganz simple Sache. Wer sagt ja, ist cool, also einfach ja, ist cool, einfach mal Hand heben. Braucht er nicht? Hand heben? Ja, okay. Perfekt, ja. Bei der Vorauswahl, welche Software installiert werden soll, jetzt Browser, etc. Als Idee vielleicht noch für Multimedia-Sachen, VLC-Player beispielsweise, oder ähnliches. Ist eine Idee, ja. Also ich versuche es nicht zu voll zu packen, weil dann hat der Nutzer keinen Bock mehr, das selber einzurichten. Ist eine Idee tatsächlich, da Multimedia reinzupacken. Ich glaube, ja. So ein bisschen Standard. Ja, genau, genau. Nichts dickes. Ist eine Idee tatsächlich, danke. Ja, also macht er schon automatisch. Also, wenn ich jetzt, ich habe leider hier einen Testnutzer, wenn ich jetzt hier Rechnung eingehen würde, bei mir am richtigen System, ploppen alle Rechnungen auf, die ich in den letzten 30 Tagen geöffnet habe. Ist teilweise sehr hilfreich. Oder ich habe jetzt beispielsweise diese Präsentation geöffnet. Wenn ich jetzt hier Index, HTML öffne, dann findet er tatsächlich auch die beiden Präsentationen, die ich heute gemacht habe, Linux, Arbeitsplatz, Linux Assistant, die kann ich dann direkt öffnen und dann hier weiter bearbeiten beispielsweise. Ja, er öffnet dann immer das Standardprogramm von der jeweiligen Distribution. Eine Backup-Funktion zum Beispiel, um das System auf einer externen Festplatte zum Beispiel zu speichern. Sehr gute Idee. Bis jetzt verwende ich immer dafür Pika-Datensicherung, weil das gefühlt die eiligende Wollmichsau ist. Ist vielleicht eine Idee, das nochmal da weiter einzubinden. Cool, ja, nehme ich alles mit. Gott sei Dank ist ja die Aufnahme da. Weitere Ideen, Anregungen, Fragen? Da bedanke ich mich ganz herzlich. Schaut gerne auf linux-assistent.org vorbei. Sucht danach einfach im Internet. Probiert es einfach mal aus. Ich würde mich riesig freuen. Und vielleicht schaffen wir demnächst auch schon die 20.000 Downloads. Dankeschön.